Kaum waren sie durch das Missionstor gegangen, als Cal auffiel, wie seltsam still es im Wald war. Kein Vogelgezwitscher ertönte aus den Bäumen, nicht einmal die Grillen zirpten. Ein Blick zu den anderen zeigte, dass Tamara und Master Rufus ebenfalls stehen geblieben waren. Die Stille hatte etwas Unheimliches. Im Wald war es grundsätzlich nie wirklich leise. Normalerweise sangen die Vögel oder es raschelte im Unterholz. Nicht so heute. Cal wollte Master Rufus darauf ansprechen, doch schon öffneten sich die Tore des Magisteriums erneut und weitere Lehrlinge kamen mit ihren Lehrern dazu. Plötzlich war es schwerer, der Stille zu lauschen, weil alle durcheinanderredeten. Wir haben euch bereits Partner zugewiesen, sagte Master Rockmaple laut und die Lehrlinge verstummten allmählich. Ich rufe jetzt jeweils den Namen eines Goldschülers und eines Eisenschülers auf, die ein Team bilden sollen. Auf einmal wehte eine Brise durch die Bäume und in dem Moment, in dem Master Rockmaple eine Pause einlegte, wurde Cal erneut nervös, weil nur der Wind durch die Äste pfiff und sonst nichts zu hören war. »Rockmaple«, sagte Master Rufus, »ich glaube, wir sollten wieder reingehen und die Übung verschieben auf einen...« Die Lehrlinge wurden unruhig. Doch noch bevor Master Rufus auch nur seinen Satz beendet hatte, erschien hoch über den Bäumen ein Elementarier. Cal hörte, wie Tamara aufschrie. »Ein Drache!« Der Drache war gewaltig. Er glänzte schwarz, hatte kleine Membranflügel und ein riesiges Maul mit Reißzähnen. Seine Augen glühten feuerrot. Auf seinem Rücken saß ein menschlicher Reiter, gehüllt in einen langen Umhang, den der Wind um seinen Körper peitschte. Cal streckte die Hand nach Tamara aus und sie hielten sich ganz fest. In seinem Kopf spürte er Aaron, der vor Entsetzen zusammenzuckte. Und weil er es nicht glauben konnte, was gerade geschah. Der Reiter war Alex, was eigentlich völlig unmöglich war. Er hatte sich verändert, doch man konnte ihn noch erkennen, obwohl eine dunkle Aura um seinen Kopf waberte. Es war, als hätte jemand um ihn herum das Licht aus dem Himmel geschnitten. Seine Augen bestanden aus ungeheuren schwarzen Löchern, die schimmerten, als wären sie voller Sterne. Zahlreiche Lehrlinge schrien, andere rannten zum Magisterium. Nicht alle erkannten Alex, doch ihnen war klar, dass sie in Gefahr schwebten. Cal und Tamara wichen nicht zurück, wenn gleich Master Rufus sich so postiert hatte, dass er Alex die direkte Sicht auf sie versperrte. »Er ist tot!« Aaron klang benommen. »Er muss doch tot sein! Er wurde ins Chaos gesogen!« Als der Drache sein gewaltiges Maul aufriss, spuckte er schwarzes Feuer, das die Kronen der umliegenden Bäume versenkte und sie in Brand setzte. Sie brannten lichtlos und ohne Wärme, was Cal an seinen Traum erinnerte, indem schwarze Flammen aus seinen Händen schossen. Der Drache spiel reines Chaosfeuer. »Schnell, alle zurück ins Magisterium!« schrie Master Rufus und wies die Lehrlinge mit wilden Gesten an, sich zu bewegen. »Tamara! Cal! Weg hier!« Die Lehrer rannten los und bildeten einen Kreis um die Schüler, die sie zu den Toren scheuchten. Die Eisenlehrlinge liefen so schnell, dass sie in ihrem Eifer, sich in Sicherheit zu bringen, beinahe übereinander stolperten. »Halt!« rief ein Lehrer. »Bleib bei uns!« Doch es war bereits zu spät. Der Drache mit Alex auf dem Rücken sauste im Sturzflug nach unten und schnappte sich zwei Eisenschüler. Einer war Axel, der kleine Junge, der sich Cal kurz nach der Ankunft im Magisterium so neugierig genähert hatte. Er wirkte zu Tode erschrocken, aber er weinte nicht. Offenbar versuchte er, in die Drachenklauen zu beißen. Neben ihm strampelte kreischend ein Mädchen aus dem Eisenjahrgang, doch der Drache ließ nicht locker und fegte hoch in den Himmel. Die beiden Lehrlinge hielt er fest in seinen Krallen. Alex, der Rittlings auf seinem Rücken saß, begann so laut zu schreien, dass seine Stimme durch den Wald dröhnte. »Stopp! Alle Lehrer des Magisteriums! Bleibt, wo ihr seid! Ich bin Alexander Strike, der erste Verschlungene des Chaos, und ich vernichte euch alle, wenn ihr meine Befehle nicht befolgt!« »Ein Verschlungener des Chaos?« Cal warf einen Blick auf Master Rufus, der jedoch nur Augen für Alex hatte. Er war offenbar völlig außer sich, wie die anderen Lehrer auch, aber alle waren sofort stehen geblieben. Sie wussten, dass sie keine andere Wahl hatten. Hoch über ihnen kreischten die Eisenlehrlinge, deren Schreie dünn im Wind verwehten. Cal wandte sich an Tamara, die vor Wut zitterte. »Wir müssen etwas tun!«, sagte sie. Die schwarzen Flammen schlugen höher und fraßen sich weiter in den Wald. »Feuer!«, dachte Cal. »Er hatte schon einmal ein Feuer erstickt.« »Du wärst beinahe darin umgekommen,« protestierte Aaron. »Und jetzt, ohne Gegengewicht?« »Med처!« With hat´s lässt sich schon sehen, dass wir in der Russia nicht auswστεir haben. Vielen Dank.